Gestern Abend schenkte mir der Herr eine weitere Vision. Als ich im Gebet Gott gepriesen habe, sah ich auf einmal sehr viele Menschen, die Gott ebenso priesen. Dabei hielten alle ihre Hände hoch und genau über uns sah ich deutlich und in kräftigen Farben einen Regenbogen. Gott sagte heute, er bekräftigt seinen Bund mit denen, die ihn lieben. Niemand kann Gott preisen, ohne ihn zu lieben. Also wenn du in deinem Herzen öfters den Wunsch verspürst, Gott zu preisen und ihm zu danken, so bekräftigt er heute seinen Bund mit dir, weil du ihn liebst. Während die Mauern von Jericho, die Mauern der Lügen, der bösen Machenschaften und der Gewalt dabei sind einzustürzen, bekräftigt Gott heute seinen Bund mit Menschen guten Willens. Die Trennung von Gut und Böse wird sich in den kommenden Wochen vor unseren Augen vollziehen und das Volk Gottes wird viele Gründe haben, sich zu freuen. Halleluja! Gott sei gepräsen!